Hi, hier ist dein Rezeptur 1x1 mit Melatonin-Suspension. Das Schlafhormon Melatonin wird auch in der Pediatrie als Suspension angewendet. Im NRF ist seit einigen Jahren eine standardisierte Vorschrift zu finden. Außerdem hat das Uniklinikum Heidelberg eine Rezeptur entwickelt, die auf eine andere Grundlage setzt. Doch was, wenn die Grundlage nicht verfügbar ist? Das DRC-NRF hat die Alternative. Wird eine Suspension zum Einnehmen hergestellt, wird nach DRC-NRF die Grundlage für Suspension zum Einnehmen DRC verwendet. Das Uniklinikum Heidelberg setzt hingegen auf Sorbitol-Lösung. Doch die ist derzeit nicht lieferbar. Daher die Frage, ist Sorbitol eine Alternative? Die ExpertInnen vom DRC-NRF liefern die Antwort. Nein, denn Sorbitol wird aus D-Glucose gewonnen und ist mit Sorbitol-Lösung nicht vergleichbar. Daher rät das DRC-NRF, auf die standardisierte Vorschrift 17.6 auszuweichen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, kann ein Gemisch aus Sorbitol und Wasser verwendet werden. Erst sollen Sorbitol und Methyl-4-Hydroxybenzoat im Wasser gelöst werden, bevor das Melatonin hinzugegeben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017